Nix! Hama mal! Schmkehezer, Herr Jan. Vielen Dank. 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 Mal gucken, ob es nicht gekommen ist. Soll ich überhaupt was fangen? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, okay. Ich weiß gar nicht. Ich weiß, was ich gestern drauf gelassen habe. Ich weiß, was ich... Erst mal... Ich... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann kannst du dir neues Zeug kaufen, neue Ausrüstung. Dann kannst du dir neues Zeug machen. 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 Dann probieren wir alles ein bisschen aus. Dann kannst du dir neues Zeug machen. 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 eine brasse würde ich mal sagen wir gehen mal auf versuchen hier drüben hier 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 Schöne. oh die pokémon ist hier, kust? ja 30 Könnt ihr mal nochmal schnell versuchen 1 1 1 2 1 2 4 Oh mein Oh my Oh Oh Ist es warten und warten und warten Oh Ist es mal gut Oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, ja, was? Ich kann auch nicht sagen. Ich habe mir auch mal überlegt, ich hoffe, ich habe mir auch mal überlegt. Was ist das? Okay. Boah, 10 Kilo Hecht, verrausche. Schleier halt sehr viel mit Haubumgang. Schau mal hier auch noch Taubwurm drauf und dann mal schauen. Hier weiß ich eigenes. Mal den S10 mal drauf machen. Schleier halt. 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 es beißt halt alles da spiel ich da überlegen mal Presskuchen reinzuknallen aber guck mal jetzt bin ich gespannt Presskuchen Presskuchen oh mein ein sechser mal ran und hier hoch kartoffel oder käse mal noch mit dran machen wäre vielleicht auch noch eine variante es oder kartoffel das mal versuchen wegen schleier damit hier machen wir Kartoffel dran hier haben wir den Presskuchen dran was hier hab ich jetzt schon überall Presskuchen muss man hier ja mal abmachen jetzt gehen wir mal auf Kartoffel jetzt bin ich mal gespannt da hat man Presskuchen dran Käse das war es schon wieder das war es schon wieder Bier hier mit ja ich Vielen Dank. 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 S6er? Nee, S10 habe ich nicht schon wieder drauf. Ja, ich habe auch mal den S8er versuchen. Ich lasse mal den S8er drauf holen. So, so, ich schwimmen. So, ich schwimme schnell eben noch ein Cappuccino. Und dann, so, ich lasse mal cool, ich bin... Ich bin... To forget To forget To be continued Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, Missed One? Untertitelung des ZDF, 2020 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 guck mal was ich normal für kriegen würde ich mag es doch schön doof ist das für die aber die schleie zum beispiel immer 20 euro schuppenkopf wir seit schaden es haben die mir geboten ein euro 9 Ones, ne? Für 5 Stück. Die? Die, die, die. Rotauge, schade, bräuchte man noch, zwei Stück weit, die man noch, noch irgendwas, für die Schleier, gestreiten, 44, und hier kriege ich 2 Euro, 9 Euro. Oh, er wollte ja über das Ohr gehauen, ne? So. Oh, die Taufe haben es aber auch wieder teurer gemacht. So, und von dem restlichen Geld... Können wir dann reisen? Fahren wir wieder zu unserem großen Strom. Im frühen Morgenstunden mag ich hier nichts beißen, wa? Doch. Neuker Rausche. Ein Kolbosch. Ist so was? So, dann haben wir 79 noch. воз spaghetti. Die, die Taufe hat nicht mehr, nicht mehr. Aber ich darf jetzt viel Zeit sagen. Was ist das andere als Sturz? Das sind die Taufe vonzogen. Ich zie manchmal, wie bitte. Passt advice mit der anderen Kornburden mit Mammlung Wie看, weil ja eins ist das!" Giebel. So. Ich würde ja sagen, wir machen rüber, oder? Wenn es reicht. Großer Stroh. 1890. Wir haben 16. Okay. Ab. Rüber geht's. In the BL-Wate. In the BL-Wate. In the BL-Wate. Okay. Wir haben viele Fische. Viele Fische. Viele Fische. Viele Fische. Viele Fische. Das war ein Warn. Das ist 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 ein Warn. Vielen Dank. 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 Bye... 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Hätten wir ja auch mal drauf machen dann, einen Caster. Hätten wir ja Auszeit oder was? 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 Hätten wir ja Auszeit. Hätten wir ja Auszeit oder was? Lass mal so einen Caster mal ranmachen. Sollte mich echt mal interessieren. Was? Und ob man überhaupt was damit fährt. Ja, ich finde schon was. Eine Brasse, ne? Immer trotzdem mit. Wie weg. Wo ist sie? Und ich die sich hier an der Karte ausp bloom, ist die keinen. Ja, es ist auch gut. 22 Fische in 10 Minuten, 15 Minuten, mag ja gehen, es geht, jetzt ist es hier wieder Ruhe oder was? Das war zu früh, das war zu früh. Lassen die mal hier liegen. Das war zu früh, das war zu früh, das war zu früh, das war zu früh. Das war zu früh, das war zu früh, das war zu früh. 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 Das war zu früh. Vielen Dank. 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 ... 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 das fisch und denke ich das noch und dann hier wieder anhängen ob der schlitz mit aus aus hier gut hier lös mit lös dich gibt es doch nicht das fisch das fisch das fisch das fisch das fisch wir müssen versuchen die fisch kaputt zu spielen schon auf 29 das fisch das das fisch das 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 was hängt denn da dran dafür bin ich halt noch nicht ausgerüstet ja genau das 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 auch schon wieder Eines Angst. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bleh. Vielen Dank fürs Folgen. Schick dir nicht raus. Oh, no. Oh, no. No, no. Was hängt denn hier noch dran? Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Vielen Dank. Ist doch nicht. Was hängt denn hier dran? Helfen wir doch mal. Na? Da wird abhauen. Von der Brot legt es da. Ausgeschlitzt. Kommen wir nicht raus. Das gibt es doch nicht. Mal versuchen ein bisschen hoch irgendwie zu kriegen. Das wir den eventuell ein kleines bisschen an die Oberfläche kriegen. Was ist das? Ich krieg den nicht raus. Ich glaube, es ist die Kraft ein bisschen nach bei mir. Lass ihn jetzt mal noch ein bisschen runter gehen. Versuchen ihn jetzt noch ein bisschen hochzukriegen. Ich krieg den nicht raus. Langsam geht es voran. Auf Wunderland sein. Jetzt wird doch morgen noch hier dran. Ich krieg den nicht raus. 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 Aber so lassen. Jetzt nicht wirklich. Ja, ich krieg den nicht raus. Ich kriege die Ahnung. Mann, 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 Mann. Wie dir, he? Das geht aber bei dem. Bist du zu doll gezogen oder was? Ah, da hängt bestimmt nahe dran Warte, ehrlich Mist Was denn da wohl dran hängen? Das gibt's doch nicht Nächste noch mal versuchen, wenn wir rüber jetzt noch mal Glück haben Rüben von der anderen Seite noch mal versuchen Jetzt haben wir keine Chance Ah, ein Angel bestimmt auch schon wieder klingeln Schön Einmal ziehen Einmal 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 hier immer oben an der oberfläche haben Komm schon Komm raus muss er nur hochkommen ich bin gespannt wenn man das rauskriegen sollte was da dran hängt macht er, dass wir es rauskriegen was die anderen hängen was da dran hängt Was zum Geiler ist das? Komm schon, komm schon! Komm schon, komm schon! schätze spiel jetzt und dann nehmen wir was ein, kriegen dieses hier ja nicht raus komm jetzt hoch super doch schön was zum geier alter das ist ein Welz aber was für ein Brocken Alter, was ist das für ein Fettsack alter Junge, 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 Junge oh der ist, der ist gut komm her ein bisschen rein kurbeln aber was für ein Vieh 12,2 Kilo 1,4 Meter alter Schwede 3 Lassen, natürlich krass 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 großes der dritte hat uns jetzt bestimmt eine halbe Stunde gekostet Wasser so gut, jetzt geht es auch mal auf der Rette ja Ich bin da. Ah! 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 I do. Ah! 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 Vielen Dank. 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 So, wieder da. Hey, Dorado, vielen, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Hey, das war krasser Welt. Das ist ein krasser Welt. 12 Kilo. 12 Kilo. 112 Kilo. Wow. 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 Das ist krass. Das ist krass. Das ist krass. Ich will mal gucken. Das ist krass. Das ist krass. Bin ich gespannt. Bin ich gespannt. Das ist krass. 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 Das krass. Das ist krass. Das 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 krass. Vielen Dank. Wir sind jetzt am toten Stille hier. Ich habe schon zwei Angeln und Fischfetzen drauf. Was? Ich wundere mich hier schon. Ein Angeln reicht mich jetzt. Ich weiß nicht. 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 Mal kurz bis gucken. 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 Mal kurz bis ... Mal kurz bis lumière. Vielen Dank. 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 Ich weiß nicht, was ich immer wieder lesen. Wenn Du mich danken, um dich zu cryn, ich könnte, wenn Du mich danken, um dich zu sterben. Ich würde mich danken, um meine Gesichter. Ich würde mich danken. Ich fühle mich nicht, dass ich mich nicht so lieb. Na, in der Welt ist meine Yehoff. Ich würde dich nicht so lieb. Ich bin mal hier auf den Fischfetzen gespannt. Manchmal muss man ein bisschen nachhelfen. Ich bin mal hier auf den Fischfetzen. 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 Ich bin mal hier auf den werden. Jetzt muss doch aber auch noch was auf geschwitzen. Ich schwitzen. 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 Oh, 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 oh Das wird wohl nichts werden. 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 Oh? Das wird wohl nichts werden. 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 Das wird wohl nicht sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Ein Klick mehr. Ein Klick mehr. Mal gucken, wie wir die Kohle mal jetzt kriegen. Schaut mal, 60 oder so. Der Aal, 13-Sinn. 98 oder Kauborsch. Kauborsch ist auch, ne? 98 für sieben Fische. Ah. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ... ...... 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 ......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... wieder links auf der dann du hast du hast du hast du hast du hast du hast In your head, they are fighting With their tights and their bombs And their bombs and their guns Eat it In your head, they are cool, yeah In your head, in your head Stop it, stop it, stop it Huh? May she finally Come on Okay Das ist hier. Ab! Ab! Entschuldigung! Erst gemacht! Weißt du's nicht? Ich bin ein Beißer. Ich bin ein Beißer. Da ist ja viele Bärsche. Bärsche? Ärsche. So. Wenn wir hier immer noch raus. Wenn was dran ist. Nichts dran zu sein. So. Ich würde sagen, ich gehe da. Verkauf meine Fische noch. Ein paar, was wir noch gekriegt haben. So. Äh. Ja. Und dann sehen wir uns. Morgen. Wieder. Wieder so halb drei. Zehn Uhr dreißig. Ich mag's. Die Bärsche, die ich jetzt... Na ja. So. Gucken wir noch mal hinter. Mal gucken. Hier drüben mal die andere Seite. Vielleicht mal ein bisschen testen. Ein bisschen mehr geht. Ob irgendwo noch mehr geht. Muss ja, ne? weck' ein bisschen. Hier sind wir nach toten Stille. nichts getan so, na gut wenn ihr da macht, ich bedanke mich fürs Zusehen und werde mich freuen wenn du morgen wieder am Start seid bis morgen, haut rein einen schönen Abend noch bis morgen, haut rein